Wir begrüssen euch bei der Firma ANKATURS AG. Unser jungen Unternehmen ist 2003 von Beat Kaufmann und Hans-Peter Niklaus gegründet worden. ANKATURS KAUFMAN Hier bearbeiten wir die individuellen Kundenwünsche und organisieren unsere Ferienreisen und Tagesfahrten, die von Herrn Kaufmann oder Herrn Niklaus persönlich gefahren werden. In unserem Angebot haben wir jedes Jahr verschiedene Ferienreisen in der Schweiz und in Europa. Einst im Jahr bieten wir auch Weinreisen an. Dazu bekommen wir regelmässige Tagesfahrten. Auf Wunsch fahren wir auch Transfers, Hochzeiten, Vereins- und Firmenanlässe. Mit unseren Kunden zusammen erstellen wir gerne ein individuelles Programm zusammen oder erarbeiten einen Reisevorschlag. Unser Fahrzeugpark besteht aus zwei Reisegar von der Marke MAN. Nebst dem haben wir noch eine kleine Postautolinie mit dem Mercedes Sprinter, der für Postauto Nordschweiz unterwegs ist. Die beiden Reisegar sind technisch auf einem neuesten Stand und mit den neuen Motoren sehr umweltfreundlich. Dieser Gar hat 48 Sitzplätze mit hinter zwei Klubtische. Ersetzt man diese beiden Tische durch den Sitz, dann hat man Platz für 52 Personen. In unserem zweiten Gar befinden sich 44 Sitzplätze. Kommen Sie mit unseren Reisen zuverlässig und bequem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017